Hi Leute, ich muss euch mal kurz eben was zeigen. Ich werde den Monitor mal gerade, wenn das geht, ein bisschen ranzoomen. Ne, es geht leider nicht. Ne, es geht nicht. Oder doch, es geht. So, ihr seht jetzt hier, gerade noch mal das Aufnahmenprogramm, aber hier dieses Fenster. Da seht ihr ein paar Folgen mit Skyblock und so ein Scheiß halt. Oder, ja, wenn, so. Das sind sechs, ne, ja doch, sechs Folgen Skyblock. Die sind schon fertig geschnitten. Die habe ich vorgestern aufgenommen und ich konnte gestern auch, egal, fertig geschnitten und mir ist was aufgefallen. Wenn ich die Rohmaterial, die Rohaufnahme in mein Schnittprogramm reinziehe, dass ich da noch die, ähm, vorher die Audio-, die Tonspur trennen muss. Ansonsten wird die nicht mitverarbeitet. Und, äh, ich habe die sechs Folgen jetzt schon fertig geschnitten, habe vergessen, die Audio-Tonspur hinzuzufügen und, ähm, habe die Rohaufnahme gelöscht. So, jetzt habe ich hier schöne sechs Folgen Skyblock, die ich nicht verwenden kann. Weil einfach behinderte Scheißkacke, ey. Und ich werde auf keinen Fall sechs Folgen Skyblock nachvertonen. Das könnt ihr so was von vergessen. So, jetzt richtig geil. Ich habe gerade Tech-It aufgenommen, äh, eine Folge, eine Aufnahme, die 104 GB groß ist. Und, äh, ja. Die Aufnahme von Skyblock war nicht wirklich viel kleiner. Und, Leute, es fuckt mich einfach ab. Ich habe vor ungefähr einer knappen Stunde die Rohaufnahme gelöscht, weil ich einfach nochmal 100 GB mehr Platz haben wollte, da ich ja jetzt eine Tech-It-Aufnahme gemacht habe. Und das fuckt mich einfach nur ab. Ich kann ja kurz mal da reingehen und ihr seht, was sich so in der, äh, was in der letzten Folge sich so abspielt. Intro, alles klar. So, hier bin ich am spawnen. Das war auf dieser speziellen Insel. Da. Und einfach kein Scheiß-Ton. Da kann ich rumspielen, was ich will. Ne, nichts. Kein Ton. Das fuckt mich ab. Ja, ja, das fuckt mich ab. Das ist zum Kotzen. Echt. Leute, was soll ich nur tun? So, was haben wir hier gemacht? Eigentlich nicht wirklich großartig viel. Wir haben eine weitere Insel, habe ich angefangen. Ja, habe eine weitere Insel angefangen. Habe die verbunden. Also, die ist noch nicht fertig. Oh, fuck. Ich könnte echt kotzen, Leute. Es ist aber nicht wirklich so großartig viel, dass es sich wirklich lohnt, irgendwas darüber zu sagen. Ich werde diesen aus und einfach irgendwo vor die nächste Skyblock-Aufnahme schneiden. Werde auch in der Skyblock-Aufnahme nichts darüber sagen. So, jetzt habt ihr da kurz ein Statement dazu. Da ist noch das Zeug von Weihnachtsmann. Und, ja. Gut. Ich hoffe, ihr nehmt mir das echt nicht zu übel. Das sind halt sechs Folgen Skyblock. Das wäre Stoff gewesen für über einen Monat. Ich könnte einfach kotzen. Ich werde jetzt morgen, also heute, jetzt dann nochmal eine Skyblock-Aufnahme machen, aber keine so große. Okay. Dann willkommen zu Skyblock. Hey, lo Leute, und willkommen zur nächsten Runde. Let's play Skyblock. So. Ihr habt gerade jetzt vorne dran schon einen kleinen Ausschnitt gesehen. Was mir, ähm, was mich daran gehindert hat, das, äh, letztes Mal, die letzte Woche, Skyblock hochzuladen. Ähm, also als kleine kurze Zusammenfassung, was sich so getan hat, wir haben oben, habe ich angefangen, äh, was heißt angefangen, ähm, da ja da noch eine zweite Etage überall draufkommt, habe ich da mehr oder weniger begonnen, äh, Vorrichtungen, äh, Vorbereitungen zu treffen. Und, äh, halt da diese Etage entfenstert, also die ganzen Fenster rausgemacht, weil man dann eh nichts mehr durchsieht. Und da, äh, so den, die Ansatz gemacht. Und da habe ich die nächste Insel angefangen. Für die Baumfarm und, jo. So gibt's eigentlich nicht großartig, was Neues. Naja, eigentlich nicht. Außer, dass wir jetzt mittlerweile bei über 150, äh, 160, über 160 Abonnenten stehen. Und das ist einfach nur geil ist. Aber dafür gibt's ja das Special Video, was gestern kam. Und das könnt ihr euch angucken. so richtig hart. So, oder würde ich sagen, ähm, dass ich wahrscheinlich überhaupt kein Koppel mehr habe. Und ich ja Koppel abbauen wollte, aber das habe ich zum Glück nie gesagt. weil die Aufnahme ja weg ist. Und, ich weiß nicht, dass, äh, das ist wirklich das erste Mal, wo ich ein Video fertig, wir haben mich kein Koppel mehr, wo ich ein Video fertig schneide und einfach total vergesse, die Tonspur einzuarbeiten. Das ist mir noch nie passiert. Und ich mach das jetzt schon seit Jahren. Nein, Spaß. Aber, ne, ich benutze das Schnittprogramm wieder ein halbes Jahr. Und das ist mir noch nie passiert. Okay, es kommt darauf an, ähm, was für ein Spiel ich mache. Es ist, äh, ich glaube, bei Minecraft und bei LOL so. Lego der Hobbit war es zum Beispiel jetzt nicht so. Also, das ist ein bisschen komisch manchmal. Äh, das liegt, glaube ich, mit der generellen, mit der speziellen Codierung an, was da manches Spiel dann macht. Und, auf jeden Fall ist es bei Minecraft so. Und, äh, ich hab das noch nie vergessen. Und dann jetzt so, wo ich gerade eine riesige, dicke Aufnahme gemacht habe, weiß ich dann so eine Scheiße. Ja. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie lange ich aufnehme. Wieso will ich jetzt gerade wieder da hochgehen? Das hat keinen Sinn. Ähm, ja, so großartig viel aufnehmen kann ich ja jetzt nicht, weil, ähm, erstens, ähm, wir haben kaum Materialien, die ich wirklich dann dingseln kann. Ich hab so viel Holz. Das ist nice. Ich will Seetzlinge. Haben wir Seetzlinge? Ne, wir haben keinen Seetzlinge. Nein, 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 mach mal credit. Oh, Seetzlinge. Da werde ich noch wahrscheinlich gucken, dass ich zur nächsten Aufnahme, was wahrscheinlich auch die nächste Runde sein wird, ein bisschen Koppelfarmer, während ich YouTube-Videos gucke, und wie wir Supercard spielen. Wollti-Tasking auf Doom. Aber ich hab hier da so zum Glück, äh, ein ziemlich sauschweres Messer da rumliegen, was ich dann auf meine Maus drauflege, und, äh, das ist vor allem eine Koppel für mich. Das ist zwar, ja, ich weiß nicht, zählt das als AFK gedöhnt, hier, so, hier hat man ja nicht irgendwelche, sondern Rewards zu erhalten, wenn man, äh, rumgammelt. Koppelfarmer ist ein großer Bestandteil. Ich glaube, sogar scheiße, ja, das ist ein der größten Bestandteil. Weil auf Koppel baut das alles auf. Natürlich, ich könnte jetzt auch ewig lang Holz farmen, aber dafür muss ich mich bewegen. Das kann ich nicht AFK machen. Während ich WW-Supercard und, äh, ja, ne. Und da ist es dann gut. Vorher hab ich das immer so gemacht, ich hab mein Bildschirm gesplittet. Also, was heißt gesplittet? Aber es ist Minecraft-Fenster, halt verkleinert. Und hab dann auf der einen Hälfte Videos geguckt. Und auf der anderen Hälfte hab ich das halt dann gefarmt. Aber jetzt gibt's so was Geiles, das heißt zwei Bildschirme. Und, äh, dann brauch ich das nicht mehr. Hey, hey, hey. Ich liebe meine zwei Bildschirme. Nom, nom, nom. hab ich euch schon mal die Geschichte meiner beiden Bildschirme erzählen. Also der eine, das ist ja so ein, ich glaub, Moment, äh, schönlicht. Äh, steht das da dran, ne? Ich hab sogar noch den Karton hier steht. 27 Zoll. Keine Ahnung, ich sag jetzt einfach mal 27 Zoll Bildschirm. Äh, halt so Full HD Ding von Acer Schleichwerbung, ne? So, ich geh mal ein bisschen hoch, ein bisschen Kuppel ab, jo! Also so ein Full HD, Acer, ähm, 27 Zoll, da war es 24 Zoll, weiß nicht. Irgendwas zwischen 24 und 27, weil auf jeden Fall, was ist nicht mehr als 27. Aber okay, ja, ich hab halt den, die ganze Zeit so als Hauptbildschirm, also immer noch als Hauptbildschirm, und dann war ich so, wie so eine Banane auf dem Flohmarkt. Und dann hab ich mir gedacht, ja komm, guck's mal, vielleicht findest du ja was ordentliches.